recht herzlich willkommen zur 178 folge von city skylines wir waren letzt mal hier oben und haben da noch eine linie gemacht und nachher nachdem ich das video kontrolliert habe zum schluss habe ich gesehen dass es hier doch noch eine straße irgendwo durch gibt da nämlich und dass wir vielleicht dann die linie die wir hier haben dann noch mal in angriff nehmen und etwas umarbeiten weil macht ja sinn diese haltestelle die dort ist ziehen wir dann mal nach da aber ich sehe schon der kommt woanders dann nicht raus oder da ist abgasse alles klar allerdings würde ich sie trotz alledem dann da lassen noch mal so dahin macht mehr sinn dass die da lang fährt und da und wir hatten hier drüben ja noch irgendwo was aber das bringt uns dann nur dahingehend etwas indem wir dann hier noch lang fahren und das können wir ruhig auch machen also dann können wir diese ganzen leute noch mitnehmen und das macht ja sinn oder so damals die steigen dort drüben ein der fährt jetzt so um sinnigerweise wäre es vielleicht andersrum besser gewesen legen wir die mal beide andersrum hin und jetzt müssen wir irgendwo noch eine haben die jetzt weg muss oder was nochmal weg gerade jetzt es ist richtig oder und jetzt machen wir die linie wieder die haltestelle wieder dahin so jetzt ist das gut dann ist gut ja ist die frage ob da sinn macht aber okay da sind so viele leute lassen wir zwei haltestellen das macht schon einen besseren eindruck da dreht am ende dann und fährt wieder zurück so die straße wieder schmaler sehe ich das ist schon ein komischer haken naja aber passt gut das hatten wir und hier hatten wir auch eine querverbindung gebaut und dann waren wir letztes mal hier glaube wo wir sagen wollten dass wir auch noch vielleicht was machen die kommen mit dem dingens dahin da geht ja eine waren lang dann würde ich sagen könnte man hier definitiv auch eine setzen da geht es dann auch noch rum würde ich da noch eine hin machen ne die machen wir wieder weg dann macht es keinen sinn sondern hier hinten macht es irgendwo sinn mach da eine hin und dann fahren die da lang zum umsteigen dann fährt der da lang kommen wir da irgendwie hin also kompliziert nur dann dort noch eine hin und wir schließen dann hier oder noch hier durch gefahren ich glaube hier durch fahren ist vielleicht auch nicht verkehrt ne da noch einen hin und und da und dann schließen wir so fertig so dann haben wir da auch eine linie die die zu der u-bahn bringen so hier ist es so dass die nächste u-bahn da ist und dann würde ich sagen müssten wir hier anschließen mit der straßenbahn das bitte bedeuten das hier ist glaube keine straße nur u-bahn da ist doof hier geht ist da irgendwo noch eine straße durch nein das bedeutet wenn wir hier ist eine einbahnstraße wie man sieht ok das bedeutet wenn wir hier jetzt eine bußhaltestelle hin machen die hier durchführt was ja sinn macht geht dahin noch rechts rum ja wo ist jetzt die andere haltestelle gelandet da dann da einer dort rum fahren die ist da geht es wo irgendwo rein wieder nur hier rechts nah macht da noch eine haltestelle hin da eine da wird es wieder raus gehen ne da eine geht es hier irgendwo raus nein da dann da wo ist sie da wo ist sie da können wir mal die ein bisschen weiter vorne machen dann hier hin hier irgendwo hin wo ist sie da wo ist sie da verkehrt schließen geht nur darüber auch sehr schön und ist einmalstraße doch ist zwar einmalstraße spielt aber keine rolle nur eine dann schließen wir das da so dann haben wir das auch macht einen guten eindruck das haben wir das haben wir das haben wir hier fehlt es noch irgendwie in diesem bereich müsste noch was fahren da wird sinn machen ja was wird sinn machen gute frage da geht eine straße rein aber die geht hier nicht durch da kann keiner fahren das wäre wieder mit dem drehen schlecht dann ja da kommt sie raus könnte darum fahren das macht sinn das bedeutet da lang da kann man umsteigen genau kann man hier rein fahren fahren hier hin da kommen hier irgendwie an der haltestelle von der u-bahn vorbei wo ist die da glaube da irgendwo noch da sind dann hier hinten einräumen da noch mal nehmen und da ist die straße leider kaputt gegangen würde aber auch hier lang fahren wollen dann fährt er hier noch das ist eine sackgasse ok dann fährt er hier hinten lang ok warte mal da sind ein einstieg gut dann da dann hier dann kann er auch wieder da und dann machen wir hier noch ein halt und fahren dann durch den tunnel wieder hier zurück dann ist die linie auch geschlossen verbindet jetzt hier die straßenbahn mit u-bahn ja gut hier ist einer am fahren hier fehlt es noch da ist die u-bahn im endeffekt und da hatten wir schon noch chaos letztes mal aber irgendwie muss es vorangehen die straßenbahn fährt er hier lang die u-bahn ist hier die u-bahn station ist hier also von da müssen wir definitiv los nehmen hier mit und müssen hier irgendwo gucken dass wir da durchfahren das ist sackgasse hier ist keine sackgasse in dem sinne und hier ich glaube wir fahren hier lang weiter fahren hier rein ich glaube hier ist keine sackgasse da lang geht hier um die kurve weiter genau geht es hier durch nein ne ne da ist eine sackgasse aber hier ist keine das bedeutet wir steigen hier nochmal um da und kommen wenn nach da hinten über welchen weg das bedeutet da lang rein hier ist alles sackgasse oder wie sehe ich das ja nehmen aber hier noch was mit das bedeutet da lang rein hier ist alles sackgasse oder wie sehe ich das ja nehmen aber hier noch was mit das sehen dann hier im kreisverkehr machen aber auch eine alte stelle hin und kommen dann hier zurück da lang dort lang wechseln hier nochmal und fahren hier hoch und schließen dann mal kommen dann wollen wir das auch nicht sondern machen das nur mit dem gut dann haben wir dieses viertel auch erledigt so dann geht es hier weiter da gibt es eine bushaltestelle da gibt es nur einmal straße hier gibt es schon bus und da gibt es noch keinen da oben ist wieder einer hier ist gut mit dingens abgedeckt hier durch noch einmal aber hier kommen wir wahrscheinlich nicht nach darüber doch über diese straße kommen wir darüber und da wieder zurück dann machen wir das doch oder dann würde ich jetzt sagen fahren wir mit dem bus hier lang da lang fahren hier lang aber die letzte da mach sie da hin mach sie hier hin mach hier noch eine hin hier einer da überschneiden die sich beide gibt es hier eine haltestelle für den bus nicht wirklich da hier keine haltestelle da ist die eine wo ist die nächste dann also da würde ich ja hier noch eine hin machen wollen für den anderen gleich auch noch mach da eine hin dann machen wir da eine hin fahren hier rein und schließen dann sondern hatten wir hier noch eine haltestelle da auch noch hin machen so dann ist das auch gut und fährt da auch noch ein super bus lang so hier fährt keiner durch oder ist auch alles so groß und zu und da weiß auch keiner wo er langfahren sollte na ja gut ist die frage hier unten wird noch lang gehen kommt ihr irgendwo raus die straße sieht man so schlecht glaube das ist eine sackgasse hier nee die geht runter her alles klar das ist eine brücke geht runter her ich glaube dann sollten wir vielleicht hier auch noch was machen da eine dort eine ja hier ist keine haltestelle hingebaut worden da will er jetzt auch noch nicht mal anhalten oder wie sehe ich das machen wir das dahin kommen dann noch hier da ist eine sackgasse fahren hier vorbei und dann wo kommen wir da rein gar nicht gar nicht der weg ist nach da hinten interessant da kommen hier wieder vorbei kommen hier wieder vorbei da da dort ne den weg da war einer dann hier eine und jetzt müsste man mal sehen wo man da lang kommen ne ich glaube das ist eine sackgasse geht auf jeden fall hier rein da eine hin da muss er dann drehen kriegt da noch eine da eine und schließt da fertig passt läuft hier ist ein bisschen schwach aber das ist jetzt so wir haben da halt die straßen waren könnte hier rein fahren und darum fahren da geht es auch nicht durch da ist zu hier dann ist das halt so ist halt nicht bis zum letzten machbar gut ja dann würde ich sagen sind wir auf dem mittelteil fertig glaube das bedeutet nächstes mal müssen wir hier noch weitermachen auf dem stück gut dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss jo ige die Vielen Dank.